Hallo liebe Leute, ich wende mich mit einem neuen Video in euch, und zwar aus beiden Gründen. Ich muss meine ernste Borte loslassen. Es nervt mich, es gott mich an, wie Leute versuchen, YouTuber bzw. YouTube-Kanäle zu bestören. Dies betrifft nicht nur YouTube, sondern auch Twitch und andere Streaming bzw. Video-Plattformen. Warum? Vor ein paar Tagen wurde meine Google-Plus-Seite wegen Spam gemeldet. Eine Google-Plus-Seite, die nur Videospin hatte, keine Kommentare geschrieben hat oder sonstiges. Wo kann so eine Seite Spam? Das ist unmöglich. Und trotzdem wurde diese Seite wiederholt, gesperrt und durch Spam gemeldet. Inzwischen geht es so weit, dass selbst die Partner von mir angeschrieben werden und Spam gemeldet wird. Partner, mit denen ich überhaupt nicht werbe, außer in meinen Videos, in meiner Beschreibung bzw. bei Twitch und Co. als Penne. Es nervt mich, dass man so versucht, kleine YouTube-Kanäle zu schließen oder den Erdboden leicht zu machen. Es ist mir klar, wer dahinter stecken könnte, da mein Kanal bereits 10 mal geklaut wurde. Meine Videos werden kopiert, mein Content wird geklaut und wenn es jetzt da runter ist, dann haben sie immer noch den selben Namen wie ich. Wundervoll. So muss es vor heutiger Tage sein. Hier vielleicht mal eine Info an YouTube. Unternehmt was dagegen. Unternehmt was dagegen, dass sich Leute genauso nennen können wie YouTube-Kanäle, die bereits schon seit 2015 existieren. Sollte es so weitergehen, dass ich von anderen Betreibern von YouTube-Kanälen, Twitch-Kanälen oder sonstiges gemeldet werde, dann ist es nur möglich mit YouTube wieder aufzuhören. Was ich es schade finde, denn ich bin seit 2015, ach nein lass es mal überlegen, seit 2013 oder so, bei YouTube. Ich betreibe nicht nur diesen Kanal, ich betreibe auch andere Kanäle, die ich sehr gerne betrieben habe. Doch leider wurde mir momentan die Lust daran genommen, dies weiter zu betreiben. Wie gesagt, inzwischen brechen wir die Partner weg, weil man systematisch versucht, mich mit Erdboden gleich zu machen. Wenn man Partner anschreibt und sagt, Kanal XY oder User XY bei euch, spammt mich mit Links vor, dann hat es zufolge die Partner gekündigt werden. Das sind Partnerschaften, die schon viele Jahre existieren, sogar vor YouTube und Twitch. Partner, die viel von einem gehalten haben. Ich möchte jetzt nicht die Namen der Partner aufzählen, die mir jetzt dadurch weggebrochen sind. Aber ich finde es klasse, dass man Leute versucht so zu zerstören. Ich werde natürlich vorerst diesen Kanal weiterführen, wie sie zu euch produzieren und Content machen. Allerdings weiß ich nicht mehr wie lange. So, ich denke mal, jetzt sind fünf Minuten alles was gesagt, was mir gerade auf Gesäde liegt. Worüber ich genervt bin und was man ändern soll. Hier ein Anruf, Aufruf an alle Leute, die sowas tun. Lasst es. Ihr zerstört damit nicht nur mich. Ihr zerstört auch andere Kanäle mit, die ihr als nächstes so niedermacht. Die ihr meldet. Die ihr hatet. Ihr macht damit nicht nur die YouTuber kaputt, sondern auch YouTube, Twitch und Co selbst. Ihr seid die Community. Und was ihr tut, ist eure eigene Community zerstören. So, das waren erstmal die letzten Worte. Und lasst es euch durch den Job Kopf gehen. Bye bye.